Transfers im Winter? Freund gibt Einblick in Planungen des FC Bayern. Auf den FC Bayern und allen voran Sportdirektor Christoph Freund kommt im Winter-Transferfenster einiges an Arbeit zu. Nun hat der Bayern-Funktionär einen Einblick in die Transferplanungen gegeben und dabei über mögliche Ziele gesprochen. Christoph Freund ist seit dem 1. September als Sportdirektor beim FC Bayern tätig, nachdem er zuvor in mehreren Funktionen über Jahre bei RB Salzburg gearbeitet hatte. Im Januar steht für den neuen Bayern-Funktionär die erste Transferperiode an und dabei wird einiges an Arbeit auf den Österreicher zukommen. Wir denken darüber nach, was möglich ist. Aber der Winter ist nie einfach, verrät er im Interview mit der Sportbild und fügte hinzu. Wir wollen das Richtige tun. Es geht nicht um Aktivismus. Wir haben sehr große Ziele in der Bundesliga und in der Champions League, deshalb diskutieren wir derzeit über mehrere Optionen. An seinem ersten offiziellen Arbeitstag, der gleichzeitig auch der Schlusstag der Sommer-Transferperiode war, verpasste der deutsche Rekordmeister kurz vor Schluss den Transfer von Gio Parinha vom FC Fulham. Wie Freund jetzt erklärte, ist der Protokese natürlich weiterhin auf unserem Radar. Der Verein habe im Sommer intensiv mit Parinha zusammengearbeitet. Ich war eine Weile dort, in den letzten seltsamen Tagen des Transfer-Finsters. Aber ich kann noch nicht sagen, was passieren wird. Wir sondieren den Markt im Allgemeinen. Auf die Frage, auf welchen Positionen sich die Münchner im Winter konkret verbessern möchten, antwortete der 46-Jährige. Wenn wir eine Spielerin als Rechtsverteidigerin verpflichten, wird Conny Reimer, die dort zuletzt einige Male gespielt und gute Leistungen gezeigt hat, wieder frei auf einer defensiven Mittelfeldposition sein. Schauen Sie sich den Bereich an, Innenverteidiger, Rechtsverteidiger, etwa sechs Personen. Trainer Thomas Duchel hatte in letzter Zeit mit Personalproblemen zu kämpfen, wobei Kim Minnetje der einzige Innenverteidiger war, der als Stammspieler zur Verfügung stand. Aber es scheint, dass er entschlossen ist, diesen Winterverstärkungen hinzuzufügen. Zumal Freund daran erinnerte, dass Kim, Nusser Mazar und Erik Maxi mit Joe Promoting voraussichtlich den kommenden Afrika- und Asien-Cup Anfang 2024 verpassen werden.